Hallo Leute, Willkommen zurück bei Red Talks für unser Let's Play House Flipper. Neue Folge für euch, ja, und vorweg, jetzt habe ich auch dieses Spiel jetzt mit der letzten Update installiert. Die letzte Update war im Dezember, ja, ich habe sie jetzt auch installiert und wir werden das anschauen, gemeinsam, es gibt auch Neuigkeiten in dem Menü, zum Beispiel, Sie sehen jetzt, neue Menü, aber die haben auch irgendwie auch die Performance auch hochgeschraubt wieder, das ist auch super, das läuft auch super. So, jetzt machen wir auch weiter mit diesem Haus hierher, ich habe euch gesagt, Badewanne werden wir auch jetzt installieren, ich schaue mir die Menü, ja, hier ist immer das gleiche, okay, Badewanne, aber erst mal Bad Simmer, Anschluss, Anschluss, jawohl, Wasseranstation für Badewanne, jawohl, das wollte man machen, so, ich will das machen, Okay, ich muss sagen, ich muss sagen, ich will noch ein Toilett haben, nebendran, Waschmaschinen sowieso, kommt auch in diese Bad Simmer, so, machen wir mal hierher, okay, das könnte man auch jetzt gerade einkaufen, zu Bad Simmer, so, Badewanne, so, ich werde sagen, oh, nehmen wir auch diese runde Badewanne, ich habe auch noch nicht, noch nie, das gemacht, so, funktioniert das, aha, nein, nein, es funktioniert auch nicht, aber warum, haben wir die Möglichkeit, für eine Runde Badewanne, aha, okay, vielleicht ist das ein Aderanschluss, ich muss auch gucken, ich habe es auch nicht, wirklich geachtet, nein, es ist das, das ist nicht, okay, gut, ich sehe auch nur eine Installation für Badewanne, okay, vielleicht passt das auch nicht, solche Badewanne, vielleicht muss das auch irgendwie in ein anderes Bad Simmer kommen, oder vielleicht in eine andere Stelle, das ist alles möglich, ich bin auch nicht der Profi, aber, ich kann mir auch so denken, so, ich kann so denken, so, jetzt, hallo, ja, ich habe, äh, diese Badewanne gekauft, ah, ich muss erst mal, ah, ja, jetzt weiß ich auch warum, das hat auch nicht funktioniert, ja, ich muss erst mal aufdrehen, aufdrehen, und dann funktioniert mit einer Badewanne, ja, jetzt, okay, dann werde ich auch sagen, wir nehmen diese, dieses mal, ich nehme diese Runde Badewanne, jetzt eine Runde, das habe ich auch noch nie gemacht, dann werde ich auch, äh, das, äh, mit euch machen, okay, aha, okay, sieht gut aus, okay, weil ich weiß auch nicht, äh, was kommt noch, hallo, ah, jetzt, okay, jetzt, oh, das ist auch leicht, zu, äh, zu bauen normalerweise, ich hoffe mal, nein, das geht nicht, okay, irre, okay, sehr schön, okay, 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 ich muss das schrauben, jawohl, weil, wenn ich schraube, das auch nicht, dann passiert auch nicht etwas, so, die Badewanne ist auch montiert, hier, ah, und sie sehen auch, ich habe auch mehr Platz, weil mit einem Groß, dann werde ich, ich denke mal, schön bis darüber gewesen, okay, 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 jetzt machen wir, äh, Toilette, ja, wir, wir brauchen auch wieder, Anschluss, äh, Duschhaltsstation, nein, Wasserhalsstation für Toilette, ja, das kaufen wir, so, ja, so, ja, so, perfekt, so, ich muss auch, jetzt, meine Toilette kaufen, so, eine Toilette, das finden wir auch, so, was haben wir, ah, mal wieder die teuerste Toilette, ja, teuerste Toilette sind immer am besten, oder? und wie gesagt, jetzt, äh, das war diese Weihnacht, äh, Update, und dann ist ein Haus mit Weihnacht-Dekoration, und das werden wir auch machen, das werden auch unser nächstes Projekt, mit Aussklipper, so, in dieser Folge, werden wir das auch mit Sicherheit auch das machen, und, so, jetzt, äh, hierher, könnten wir diese Waschbeck einbauen, so, Waschbeck, äh, ich muss erst mal raus hierher, Anschluss, ja, wir haben noch nicht mehr so viel zu machen, so, hierher, ja, perfekt, aufdreh, oh, auf einmal, das ist rot, oh, haben die auch wieder etwas neu gemacht, okay, ich wusste es auch nicht, ja, wie gesagt, da haben die ein paar Sachen geändert, und jetzt, wir dürfen auch Kamin überall setzen, vielleicht könnte man auch schauen, ob ein Kamin passt noch in dieser Haus, so, äh, so, äh, Anschluss, kann man nicht, nein, sowieso, ich werde sagen, äh, wo war man, Badzimmer, so, ein Waschbeck mit Schrank, ja, nehmen wir auch, ich nehme immer diese, er ist auch schön, zwei Bader, ja, zwei Bader, leider, das ist auch nicht so viel, zwei Bader, so, ich werde sagen, dass, für Leute, zwei Bader, ist auch gut, aha, ich sehe schön, dass, die haben auch alles geendet, ne, schau dir das an, das ist, äh, mehr Details jetzt, weil damals, es war nicht so, ne, aha, die haben das, auch, wieder, beendet, super, ja, ich war zu schnell, haben sie auch gesehen, ich muss, dass ihr schraubere, was passiert, was passt, jetzt, ah, muss man klicken, ok, ja, und jetzt, das ist auch fertig, ja, interessant, diese neue Übrit, so, ich hab's, nicht installieren, weil ich habe auch gesagt, ich wache lieber, und, wenn ich habe die Zeit, ich mache das auch, für das Spiel, so, jetzt, ich will noch eine, Waschmaschine ansetzen, wo ist Platz für eine Waschmaschine, ah, ist noch mal Platz, oder, ich weiß es nicht ganz, mal sehen, mal sehen, waschmaschinen, äh, Anschluss, sowieso, waschmaschinen, äh, Wasserinstation für Waschmaschinen, ok, jetzt mal gucken, oh, das passt auch direkt, perfekt, so, jetzt, auf Dreh, jawohl, ich hoffe, dass mir die Platz, das langt auch, aber ich denke, schön, dass es passt, ja, und wie gesagt, ich versuche, auch jeden Tag ein Video, auch zu leiten, auch nicht so, mit Abstand, ein Tag, äh, nicht urladen, aber, wir sind Dienstag, ja, ich habe ein Video, auch geladen, und das hat gedauert, bis die AD, äh, von YouTube kommt, äh, dann habe ich auch gedacht, ja, ok, laden wir das so, das ist auch geladen, äh, das kommt auch, äh, jetzt sind wir Dienstag, Mittwoch, dann kommt zwei Videos, auf einmal, ich versuche das auch, auch zu laden, ein zweites Stück, dann haben wir auch, irgendwie Dienstag, und Mittwoch, äh, so, äh, was wollte ich, Badzimmer, nein, nicht Badzimmer, elektrisch, Ausrüstung, oder? Wo war die, äh, Waschmaschine? Aushaltware, oder? Da bin ich komplett falsch, aus Alva, Badzimmer, war das in Badzimmer, ah doch, ich wusste auch nicht mehr, wo ich bauen, oh, sehr viele Waschmaschinen, aber, sie sehen auch, dass, äh, so, und ich hoffe, dass sie haben vielleicht jetzt, äh, nicht die Fälle, aber, also, warum geht das nicht weg, ja, ich hoffe, dass sie haben auch, das besser, äh, gemacht, mit dieser, Waschmaschineninstallation, weil ich habe immer, abends zu Problem, und, ja, gut, mittlerweile, ich weiß auch, warum ich habe Problem, weil ich habe auch immer, die falsche Schlaue genommen, Schlaue, und, ja, die falsche Schlaue genommen, okay, nein, ah, ich muss wieder die Deckel drauf machen, okay, ja, jetzt, ich montiere auch nicht so viel Waschmaschinen, ne, doch, einige Waschmaschinen, habe ich auch, schön, gemacht, gemacht, aber, jetzt, ah, jetzt, ja, ah, ich muss erst mal aufdrehen, ja, wenn ich drehe das nicht, äh, dann funktioniert das auch nicht, gut, der letzte Schlaue, okay, perfekt, 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 die Waschmaschinen ist da, okay, aber jetzt, äh, ich wollte noch, ja, ein Eizung Installation, ja, das brauchen wir auch, Anschluss, äh, Wasser, äh, nein, 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 so, Wasser Installation, ein Eiskörper, ja, äh, äh, jawoll, und jetzt, Achtung, da kommt, der andere Eizung, und dann, sind wir auch, fast durch, werde ich auch behaupt, mittlerweile, in das, in dieses Haus, so Badzimmer, nein, äh, Anschluss, ja, Heizkörper für Bad, jawoll, oh, oh, was macht der jetzt, gerade, ja, das sollte auch, äh, ah, okay, warum, äh, was hab ich wieder falsch gemacht, ah, ich hab wieder die falsche Eizung Installation genommen, okay, es tut mir leid, ich mach immer die Fälle, okay, dann werde ich sagen, eine kleine Eizung, ich baue eine normale Eizung, es ist auch okay, ich soll dann auch die, oder vielleicht, mal, wieder eine neue Eizung, ja, zwei Eizungen, eine Spezial, und, weil, ich hab wieder ein Fehler gemacht, ja, ich hab auch nicht, geachtet, an diese Anschluss, ja, hier, Wasserinstallation, und, eines, an Tuch, Eiskochböhr, ja, okay, das passt auch schön, zwei Eizungen in die Badzimmer, ja, da werden sie, bestimmt die Leute sagen, ja, warum, zwei Eizungen jetzt in die Badzimmer, hahaha, ja, das war eine, falsch, eine Fälle mit Montage, aber egal, dann ist auch, irgendwie, ein Eizung voll, für die, äh, für die, äh, am Tücher, und der Mordere, ja, normal, hallo, hallo, jetzt, ok, super, zwei Eizungen, steht, ja, ok, wir machen noch ein Spiegel, so, wir machen eine Spiegel rein, in die Badzimmer, und vielleicht noch eine, äh, Elektrisch Ausrüstung, eine Wasserkoche, ja, weil irgendwie, ich muss auch denken, vielleicht haben wir auch nicht die Warmwasser, hier, aber, ey, das geht auch super, jetzt, ich sehe, schön, dass es geht, so schnell, jetzt, mit dieser, zu bewegen, weil damals, das hat immer, ja, sie haben auch das gesehen, das hat gedauert, mit Umdrehen, und, ja, aber jetzt, oh, tipptopp, da haben die auch was wieder gemacht, wie gesagt, die haben auch die Performance auch geschraubt, für einmal, das ist jetzt super, aber beim K-Mechanik, da müssen die auch dasselbe machen, weil bei mir, ich habe immer noch, abends Probleme, so, jetzt, Schmuck, was ist das Schmuck? Ah, Schmuck, das ist, ah, ok, da haben die wieder, die Namen geändert, ok, Schmuck, aber, das hat auch nicht etwas zu tun, oder? Ah, und hier sind die ganze Kamin, oh, schaut ihr das an, jetzt haben wir Biokamin, Holzofen, elektrische Biokamine, und elektrische Biokamine, ah, sehr schön, ja, wie gesagt, ich habe euch damals auch schön gesagt, dass es fällt noch diese Kamin, für, äh, das Spiel, so, Buche, ja, nehmen wir auch, ja, ich habe auch gesehen, dass, ja, leider, sind die, äh, Performance bei mir, ja, ich habe es auch nicht mehr, mehr aufgepasst, das werde ich auch ändern, in der nächste Folge, weil jetzt, Sie sehen auch, da haben wir auch keine Spiegelung, oder, oder, ich ändere das schnelle, Einstellung, Sie sehen auch, dass, die Einstellung, Effekt, äh, ich werde sagen, sehr niedrig, weil, ich weiß auch nicht, fortgeschritt, ah, das war Blume, ja, okay, jetzt zurück, gar nicht, wo war diese Einstellung, aber ich könnte auch, wieder schauen, mit euch, ich habe auch keine Ahnung, Anstellung, Grafik, ja, ich spiele auf 1000x24, aber danach, das wäre auch, bei euch, aber auch, normaler video komme das sehen sie auch nicht bei mir wie das geht so fortgeschritt antialisieren ist das die nebel moment voll nein das hat auch nicht nicht geendet ok normalerweise könnte man die spiegel mehr sehen oder ja gut flüssig ist das auch aber irgendwie ja das glänzt jetzt das glänzt aber normal das sollte man auch mehr detail sehen aber ich weiß auch nicht mehr wie ist das aber es ist gut ich habe auch keine probleme mit dem graf grafik anstellung so ist das die screen space reflex aha mama gemischt ja schade ich weiß nicht wo war die einstellung weil okay gut ich war auch nicht mehr so lang was machen wir noch nicht wollen wir wandlampen ja aber die deckelampe aber wenn die was neu gemacht deckelampe nein schlecht da wollte ich auch ein paar neue lampen habe aber ja das haben die auch nicht geschafft okay im metall okay schade 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 irgendwie weil da hatte ich auch gedacht das könnten noch ein paar mehr lichte kommt okay gut super ja die badzimmer ist auch fertig machen wir auch nicht mehr lange ihre oder was was meint hier noch dazu doch ihre muss man auch zu machen bevor das jemand sagt ich bin nackt und da könnte auch die ganze nahmannschaft alles sehen ja ja natürlich es ist extra gemacht nein quatsch das könnte man auch nicht machen so ich selber ich werde niemals meine immer in eine badzimmer gehen nackt wenn die fenster sind alle nicht geschlossen und nicht mal so im privates werbe alt ja das ist auch normal oder so jetzt ja aber ich muss noch schauen wie das ist mit die anstellung weil wie gesagt normal es gibt diese kleins effekt und er ist auch nicht mehr zu sehen bei mir ja aber der spiel ist flüssig da ist auch kein problem sie sind auch ich habe keine problem okay gut ich werde sagen ihre ich lasse auch so weil das gefällt mir auch sehr schön ich will auch nicht ein bild ansetzt so bitte ansetzt aber ich gucke wegen eine kamine wird noch einen platz geben für ein kamine ah nein es ist leider nicht möglich ein kamine oder irer ah doch man könnte versuch einen kamin zu stellen nur für für schauen wie das ist so das aus ja okay sonstiges ich werde sagen nehmen wir ein holzofen ich werde sagen nehmen wir ein holzofen ob das funktioniert das ist noch die frage ob das funktioniert das ist noch die frage ah doch 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 das funktioniert ok aber im defekt ich muss das auch nicht ich muss auch denke es muss auch so wäre das gemacht okay nein ihr benutzt könnte man das benutzen ah ja ok schaut ihr das an hahaha sehr geil aber ich muss sagen ich habe vielleicht die falsche position gewählt oder es wird vielleicht schon bestiere nein lass mal so oder ich lasse es so das ist eine schöne kamine ein kleiner hofkamin und das funktionieren mit feuer geil ok jetzt das aus wird jetzt verkauft verkauft so ich will das aus verkauft und aus verkauft jetzt mal schauen so sie sehen dass ich habe das ausgekauft für 196.000 und ich habe wie viel neun stunden und elf minuten verbraucht so gebraucht für das aus zu verkaufen zu renovieren ok 12 zimmer keller sowie etage das ist dein aktuelles budget ja ok im moment habe ich 109.000 ok auch schon start ich bin mal gespannt was kriegen wir für gelte mir gefällt dass ich platz zum schlaf habe ja wow was wow oh sie sehen jetzt das ist die größte größte gewinne hahaha ach schaut ihr das an da habe ich über eine große gewinne 340.000 342.000 2 zimmer genial ich mag anderes spielzeug als das für kleine kinder ha 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 ja gut keine ahnung mir gefällt dass im nike fernseh stehen ok wir sind schon bei 345.000 ah hopp Leute 349.000 ok gut aber sie sehen ich habe 13.000 verkaufte Möbel und dann habe ich ein Profi von 140.000 ohoho Angebot annehmen so wir haben jetzt das ausverkauft da habe ich 458.000 das ist mal geil oder so viel geld habe ich noch nie gehabt ja und ich habe es auch vergessen zu sagen vielleicht die letzte mal ich habe auch ein bisschen meine Bude renoviert aber gut nicht so ganz da ist keine Küche da ist gar nichts aber egal ok jetzt wir schauen mails was haben wir für aus jetzt da war sowieso ich habe euch gesagt ein neues aus für weihnacht und ich glaube das ist diese aus das passt auch sogar 340.000 ja ich habe auch viel geld dafür ja weil sie sehen auch das jetzt mittlerweile so viel geld ist auch gebliebt mit das aus ok ja aha und jetzt das ist diese weihnachtsaus mit schnee und alles aus kaufen jawohl jawohl ja ich möchte ja jetzt wir sind in eine riesige villa oje 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 aber gut ich habe 18.000 haha da will ich auch ein sehr schönes aus machen schauen was haben wir dafür oje oje was ist hier passiert ok erstmal das entsorgen sowas mag ich auch nicht aber das sind kleine autos ok sehr schön wo das ist regisch alles aber egal und was haben die ihre gemacht Farbe ja verkaufen oje aber genial oh schaut ihr das an aber eh die möbel ah die möbel sind geile da werde ich auch nicht das ihre verrende weil oh das ist aber genial genial gemacht eh was könnte man machen benutzen aha was könnte man vielleicht ist eine sicherung durch gebrannt ah ok aber geil irre ich werde auch nicht das wechseln nein was habe ich verkauft oh nein oh also ich habe auch ich wollte auch nicht was verkauf ich weiß auch nicht was habe ich verkauf jetzt ah schade weil weil irer ich will alles so lassen weil irer ich will alles so lassen ja gut aber gedrückt all zum reinigen ja ok gut ah die kamin vielleicht könnte man die kamin an machen ah ah das ist eine elektrische kamin ah ok nein irer ich lasse so ich weiß nicht was ist was ist was habe ich verkauft ich wollte überhaupt nicht aber das ist sehr sehr schön hier ja ok ich muss sagen das aus da muss ich auch nicht so viel machen sauber machen und vielleicht ja ok ok das gibt eine stopp sauber aber oh ok vielleicht mach mal so ich weiß nicht was ist was habe ich verkauft ok mach mal irer diese ok ah das ist ein stopp sauber oder ah nein das ist keine stopp sauber ok das ist eine lüftung so ein wand für wenn das ist so eis ja ok aber sind das gedrückt all zum aufzuheben ah ok das sind spezial decos ok aber ich muss sagen es gibt nicht so viel zu machen in das hause ehrlich aber sehr gut gemacht ja gut ich muss nur äh sauber machen alles hehehe ah hier ist die keller oder ja hier ist die keller ok oje oje in die keller ist sowieso alles schrott ok erst mal das weg die komplette regal mache ich auch weg weil da muss man auch sauber machen aber das es gibt nicht so viel zu machen in das hause hehehe gut wir machen auch äh vielleicht äh oh die Werkzeug oh nein ob Werkzeug auch weg sowieso das ist alles schrott alles schrott ich mach alles weg sowieso das ist chaos in diesem keller aber ich will erst mal sehen diese weihnachtsbaum wie ist der jetzt auch Fahrrad oh oje das gibt auch material ja egal alles weg ich will auch die keller vielleicht auch schön machen ja gut die Fahrrad vielleicht die Fahrrad lasse ich auch da oh aber Waschmaschinen ist die Waschmaschinen äh eingeschlossen ja alte Trockner ja ok gut dann könnte man das lassen ja ich wollte nicht die beide ein Fahrrad weg machen ok ihr sieht auch ok ich werde sagen lass mal so ah wir haben noch sogar einen Ausgang oh Wahnsinn und auch Schnee schaut ihr das an das gibt Schnee ok aber hierher oh das ist auch Chaos hierher oje ich muss noch alles sauber machen hehehe ja wie gesagt das ist super ah das Wohnzimmer ich werde das so lassen weil ich finde das geile mit die Geschenke und wie mit die Klavier ich finde das tip top ok Waschmaschinen und Trockner lasse ich auch so stehen ja vielleicht hier auf den Boden machen wir Ordnung weil das ist auch nicht so ja die alte Stuhl könnte man auch weg machen ja ich lasse so es stört uns nicht ok ich lasse auch ein Fahrrad hehehe das machen wir auch weg ok ah jetzt ich muss erstmal ich muss erstmal erstmal mache ich auch an die Dreck weg ja weil es gibt Dreck oh warum kriege ich das nicht weg hierher aha es war etwas ja gut egal ich habe das weg gemacht und jetzt wisch mal alles ab hierher ahja weil das muss man auch da muss ich auch sauer machen hierher das ist klar das ist alles fräckisch oh Mikro Well hierher ok gut dem alten Mikro Well bestimmen von die Küche ok aber hierher ich werde sagen ich lasse diese Deko hierher es ist ok das ist auch sowieso in einem Keller das passt auch alles so aber jetzt das lassen wir hier ok jetzt jetzt mal schauen ein das war nur ein Sicherung montieren das könnte man montieren ah ok und jetzt es ist immer noch ein wenig Dreckisch ja gut aber ich will auch so lassen so jetzt sind die ganze Sicherung wieder da oder oje ja 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 stimmt das ist auch immer noch trickisch das habe ich auch gesehen die treppe oje oje ja es tut mir leid jetzt jetzt das ist sauber oder oder es wird sauber ja gut in die keller ich lasse die sache weil ich denke mal es ist auch wieder endlich ordnung ja es soll in ordnung da muss man auch nicht so sagen ist alles dreckig nein ich lasse so ok jetzt ich will schauen wie ist das mit ihr lichter mit die tante bauen tante bauen so warum sind das zwei türe sind das zwei türen ah ok das ist die küche oje oje aber die küche ist auch was haben die gemacht hier weihnachten gefeiert und ja wir gehen lass mal stehen ok ich muss sagen es gibt nicht so viel zu machen das aus die küche ist auch sehr gut sehr geil sogar mit zwei elektrische erde ok da gibt es wirklich nicht so viel zu machen in das hause nicht sauber machen und ja ok gut ich habe auch geld investieren ok benutze schau dir das an wie cool wie cool aber wie gesagt ich habe die idee nach weihnachten bekommen und ja ich war auch im praktikum und da war auch weihnachten auch sowieso vorbei für mich auch und ja es war auch nicht für mich möglich aber jetzt wir überholen diese zeit noch ein bisschen gemeinsam schau dir das an aber normalerweise für mehr effekt zu sehen das müssen wir das nachter sehen aber es sieht richtig gut oder weihnacht weihnachtdekoration dabei ok aber wir schauen auch gerade noch was was ist in das aus weil das ist eine riesige aus sowieso was ist das hier drück um es war irgendwie kann drück zum wechsel werfen ah ok dann das ist dreck ok ja dann machen wir das auch weg weil irgendwie muss man das auch weg machen ok in das aus und muss man wir auch nicht so viel machen ich muss sage öffnet dürften wir das öffnen geil es funktioniert auch öffnen ok schalter ok aber gut die schrank kann man auch nicht aufmachen ok gut küche haben wir gesehen ihre ich weiß nicht was was haben wir darüber aha eine kleine büro ok mit einer alten fernseher ja das aus gefällt mir sehr sehr gut aber ich werde auch wahrscheinlich auch nicht so viel änderung bringen weil erst mal die möbel die glaube ich diese extra gemacht für das aus und das ist auch irgendwie auch schade alles zu weg weg zu machen weil das ist auch alles tipptopp vielleicht farbe änderung werden wir sehen so die küche haben wir gesehen dass auch nicht so viel zu machen alte fernseher ja das passt auch ja das wäre eine lange part vielleicht ich weiß nicht ganz genau so wegen oben mal schauen aber wie wie gesagt so viel ihrer zu machen das aus ist nicht so viel ich glaube ich hätte gern das aus auch behalten für mich aber dann müssen wir auch schauen dass ich nehme eine andere aus dass ich renovieren diese andere aus weil ihre sogar mit noch ein kamine war geile als sehr schöne badzimmer badzimmer redox badzimmer ja 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 nein badzimmer so ihrer ist leer ah ah iris die badzimmer ja gut irgendwie muss ich das auch sogar mit ein alt das aus ich bin verliebt mit das aus ich muss zugeben das ist das wahnsinnige aus was die haben jetzt gemacht in einem spiel und gut die ganze möbel die passt auch das sind sowieso nicht alle möbel sie noch zu sehen in diesem in einem spiel zu kaufen gut ihre könnten wir das ändern sowieso das ist auch kein problem aber ey wirklich glas wirklich glas und so viel zimmer hat diese aus das ist wahnsinn noch ein badzimmer ok aber die badzimmer ich muss sagen ihr das ist nicht meine geschmack ok was haben wir noch darüber wieder zwei zimmer nein keine zimmer ok das heißt dass ich könnte noch sogar ihre meine badzimmer vergröße ok werden wir sehen oje was ist hier los ein büro rum oder nein kinder ok ok oje aber viel chaos oje oje aber so viel zu machen ihrer ist nicht so viel so in das aus ist ist nicht so viele wie süße mit dem teddy wäre ja das habe ich auch niemals das ist kein teddy wäre es ein kaninchen wie cool ist das mit dem spielzeug in dem bett und war wirklich geile wirklich geil ja leider ist das auch zu spät gewesen mit weihnacht ja ihre ist lehrer nein noch ein zimmer für kinder wie viele kinder war in diesem haus sehr viel oder aber gut wir haben auch alles durch gecheckt in die nächste folge werde ich auch langsam anfangen aber ich muss sagen ich muss auch nicht so viel machen und ich werde auch bestimmt das ausbehalten und irgendwie meine büro eher machen weil sowieso das ist wie gesagt ein einzel aus die findet man auch nicht mehr mit die ganze möbel und ja das passt auch schön und 119.000 auf die konto da habe ich noch meine alte bude zu verkaufen und ja da könnte man auch locker noch ein kleines auskaufen ok aber gut ich mache jetzt schluss ich gehe auch wieder zurück zu die weihnachtsbaum ich finde das so geil ja leider ist weihnacht vorbei aber es ist auch sehr schön gemacht und die entwickler dass die aber noch jetzt so gedacht ob schotter schottier das an wie geil ist das ok ich bedanke mich noch für zuschauen das war vielleicht eine lange part aber es hat sich auch gelohnt zum alles zu sehen ok ich wünsche euch alles gut und tschau macht's gut und